Heute geht es weiter mit unserem Classic Car Projekt, in dem Fall die 36 Coupé. Seitenscheibenblende, wir hatten es ja bereits angesprochen. Wie ihr das ja wisst, werden die Seitenscheibenblenden mit dem 3M-Klebeband verklebt und in dem Fall ist es ganz wichtig, dass die Scheibe vorher entsprechend sauber ist. Erstmal vorgereinigt zum Scheibenreiniger und dann nehmen wir unser Reinigungstuch. Das liegt auch dem Lieferumfang bei. Das coole an den Seitenscheibenblenden oder jetzt in dem Fall an der Seitenscheibenblende, ihr könnt trotzdem euer Fenster ausstellen. Da mal drauf geachtet. Denkt bitte daran, das 3M-Klebeband, das verhält sich auch ähnlich wie ein Klebstoff, also wie ein herkömmlicher Klebstoff, sprich Temperatur beachten, Aushärtezeit beachten und reinigen. Das ist eh das A und O. Da müssen diese Verlängerungen der Trägerbänder angebracht werden, dass man das schön rausziehen kann. Das kennt ihr ja bereits von den anderen Videos. Ja und vorher mal natürlich auch so ein bisschen Passprobe machen. Die Fahrzeuge haben ja noch einen relativ steifen Gummi. Da ist es dann natürlich wichtig zu schauen, dass man da so ein bisschen reingefummelt bekommt. Also es passt schon ziemlich gut, aber ein bisschen reinfummeln müsst ihr es. Ihr habt es ja gehört, ihr macht es klack. Dann geht es hinter den Gummi in diesen Freiraum hier rein und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Wichtig, ganz kurz, diese Gummis, die hier natürlich seit 20 Jahren da drin sind, die arbeiten natürlich ein bisschen. Vielleicht kann man das mal zeigen hier. Ihr werdet ja versucht, euren Gummi da ein bisschen da hinten anzukleben. Das kann man ja mit Hilfe von einem Sekundenkleber zum Beispiel machen. Da werden wir noch hier das machen müssen. Und dann geht nämlich eigentlich das Fenster hier wunderbar rein und raus. Und aufpassen auf die Finger, weil ich habe mir jetzt echt übelst den Finger da eingeklemmt. Bisschen andrücken. So, voilà. Wow. Super. Nein, also schaut echt klasse aus. Geil. Coole Sache. Ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Ich finde es persönlich ziemlich cool und ich denke auch in der Kombination mit der dann noch kommenden Katzentreppe eine ganz geile Sache. Wie ihr wisst, die Seitenscheibenblenden gibt es für viele Fahrzeuge eben in all diesen verschiedenen Kunststoffvarianten, die wir anbieten. Wenn ihr da für euer Auto was sucht und ihr fahrt gerade keinen E36. Können wir mal schauen, ob es was gibt für euch. Und ansonsten, wenn wir noch nichts für euer Fahrzeug entwickelt haben, meldet euch einfach bei uns. Dann schauen wir, ob wir die Daten von dem Fahrzeug haben. Wir konstruieren Sachen neu bei Bedarf und Seitenscheibenblenden, wenn es noch nicht gibt oder was auch immer für Bauteile. Einfach melden. Wenn es nicht gerade ein Fahrzeug ist, was nur zweimal auf der Welt gibt, dann sind wir auch gewollt, das ins Programm zu nehmen. Wie gesagt, hier nochmal auf die Gummis achten. Die Gummis sind da ein bisschen variabel. Dann flutscht auch die Seitenscheibe besser rein und raus und auf die Finger achten und ansonsten dranbleiben. Liken und abonnieren am besten, denn es geht noch weiter. Heckscheibenblenden, Katzentreppe und so weiter und so fort. Wir haben noch verschiedene Sachen für das Fahrzeug vor. In diesem Sinne, bis bald CSR. atzentrippe und so weiter und sauber.